Lieber Zuseher, Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4 oder wie die coolen Leute sagen, U4. Ich bin so ein Mittelding aus cool und uncool. Ich nenn's U4. Rein da. Ui, was sehen wir denn da? Na, willkommen auf der Party. Ich glaub, da ist... Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... Miese Drinks? Sieht so aus. Also, was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas II. Wollen wir wenden? Thomas II. Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also... Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut. Avery und Two laden sie hierher ein. Und, ähm... Wie war das, äh... Um Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ah, Ahoy, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, ich, äh... Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Two's Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Ja, so lange am Stück war ich auch noch nicht still. So, für die Nachwelt. Hat der das jetzt alles gezeichnet? Wahnsinn. Weg damit. Gut, also, hier hat's, äh... Piraten-Massaker gegeben. Das war gar nicht so geplant. Das auch nicht. Aber, warum auch nicht? Gut, wo geht's weiter? Schauen wir uns mal hier oben um. Hey, hier hoch. Langsam. Cool. Auf Anhieb. Was mit Elena? Boat noch in der Nase. Sei vorsichtig. Ist auch dabei? Ui, 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 ui. Ich bin okay. Ich hab's. Wir färfen uns oben. Alles klar. Hopp. Was ist da los? Was ist da los? Da, da, lang. Dann machen wir das. Wie so ein kleines Äffchen schwingt er da entlang. Oh. 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 Mein lieber Spahn. Das habe ich aber versemmelt beim letzten Sprung. Und hab's nicht mal richtig gemerkt. Warum? Gucken wir mal, wo lag der Fehler? Weiß ich nicht. Bin halt da einfach. Vielleicht hab ich von der falsche Taste gedrückt. Das kann sein. Gleich weg hier. Gut. Dann sind wir wieder hier. Also was heißt das? Dann sind wir wieder hier. Jetzt sind wir mal hier. Oh, wir kommen schon immer näher. Also das ist hier Averys Haus direkt schon. Halt die Augen offen. Ja, es dauert nicht mehr lange. Dann gibt's wieder eine Mordstumschießerei. Da geht's rein. Aber gucken wir uns mal die Kanone an. mehr Kanonen. Genau wie bei Tues Haus. Okay. Das ist noch was? Oh, ein Schatz. Was ist das? Ja. Ziemlich schlecht. Elefant. Nice. Den suche ich in die ganze Zeit. Dann rein hier. Wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Er in der Küche. Im Weinkeller. Hat hier noch irgendwas Schönes? Nice. Gefällt mir echt gut. Spiel ist super gemacht. Grafisch der Brüller. Und auch so gut durchdacht. Gibt's da so kleine Mängel, wo ich mir denke, na, das hätte ich besser gemacht. Aber die wird's immer geben. Auf der... Auf der bekannten WLAN-Land-Skala, die von 0 bis 10 Sterne geht, bekommt das Spiel von mir 9 Sterne. Was wirklich herausragend ist. Zum Vergleich GTA 5. Dem würde ich geben auf der weltbekannten WLAN-Land-Skala. Macho-Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Ich bin mal still. Mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von ein Macho-Nacho. Hör auf jetzt, okay? Das einzige Spiel, was 10 Sterne bekommt, heißt Day of the Tentacle. Und könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Habe ich vor neulich mal gespielt. Achtung. Kleine Nachtmusik. Können wir da Hafe auch klimpern? Nö. Gut. Wohl lang? Sie schaut runter. Wahrscheinlich müssen wir runter. Ne, wir sind ja von unten gekommen. So ein Quatsch. Gucken wir uns hier mal um. Gut, da sind wir her. Genau. Liegt hier noch irgendwas Feines, mit dem wir irgendwas anfangen können? Ne. Ist man da schon wieder runter? Nö. Ich mag nicht. Noch mag ich nicht runter. Ich renne noch eine Runde hier durch Averys Klo. Und dann entscheide ich, wir gehen hier runter. Zack. Hm. Schön. Da. Shoreline hat die Haustür versperrt. Oh. Alles klar. Stimmt, die Trotteln sind ja auch da. Hier liegen auch schon überall Waffen wieder rum. Mal sehen, wo sie sind. Ich behalte die andere. Fuck. Ja, das dauert jetzt nicht mehr lang. Dann darf ich wieder schießen. Bereite mich schon mal drauf vor. Okay. Ich mich auch. Wir müssen sie doch schon gefunden haben. Dann gehen wir nachher mal rein. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Erst mal umschauen. Was hier noch Schönes ist. Hier drüben. Hier drüben. Ich geb dir gleich hier drüben. Man sieht die nicht mal. Ich erkunde das jetzt alles, äh, auf meine Art und Weise. Wirklich cool. Stellt man sich mal vor, dass sowas wirklich... Ah, hier geht's raum. Dass sowas wirklich gegeben hat. Cool. Mordsturm-Gebäude. Was haben wir da noch? Was jetzt? Ich will die gar nicht finden, ehrlich gesagt. Wo ist denn die? An der Tür, oder? Anscheinend gibt's hier nichts weiter, was wir irgendwie gebrauchen können. Aber ich will mir das schon noch mal anschauen. Da, das ist doch cool, sowas. Echt grandios gemacht. Loob an den Hersteller. Der da wirklich eine Meisterleistung von einem Spiel abgegeben hat. Gut. Scheint, ist hier wirklich nichts mehr. Das ist ein Mordstrum-Haus. Ähnlich wie das, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Das war dann aber doch noch ein bisschen größer. Gut. Schön. Oh, oh. Jetzt bin ich ins Loch geplumpst, obwohl ich das gar nicht wollte. Wir machen die Tür auf. Und ich befürchte, hinter der Tür beginnt... Boah, nicht schon wieder. Der Kampf. Okay, alles klar. Los geht's. Machen wir die auf. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg durchgehen? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Doch nicht. Achtung und los. Aber. Okay, okay. Ich liebe es. Den kriegst du nicht mal kaputt, diesen Terminal. Terminal. Wahnsinn, das ist mit dem los. Alter Verwalter. Da ist zum Glück alles noch in Ordnung. Ich husch mal zum nächsten Ding. Uah, hier steht schlecht. Ja, ich muss langsam schießen anfangen, weil sonst überleben wir das alles nicht. Aber ich habe ein entscheidendes Problem. Waffenarmut. Beziehungsweise nicht Waffenarmut, sondern wenig Munition. Schauen wir mal, ob ich den nur schnappen kann. Alter, ich baller auf den Rhein. Ich gehe nicht kaputt. Alter, das hat mir jetzt mein Leben gekostet, oder? Ja. Das war dann doch ein bisschen zu viel für meine Künste. Ich muss es ein bisschen intelligenter angehen, mit mehr Deckung. Den Hammer. Okay, wir bleiben hinter der Säule. Wieder hinter die Säule. Die beiden sind hier. Das Gute ist, die kommen ja eigentlich ganz schön. Aber was ist denn hier los? Da bin ich schon stark verwundet. Da ist vorhin die Granate geflogen. Achtung. Den Hammer. Den Hammer. Oh, was ist denn hier los? Verdammt, der Axt. Jetzt muss ich kurz in Deckung gehen, Leute. Ich bin hart angeschlagen. Ich bin am Limit. Ich bin wieder fit. Wenn es so weitergeht, dann kommen die Shoreline-Deppen da mit einem Panzer an, oder sowas. Ja, die haben eigentlich schon diese gepanzerten Menschen hier. Arschloch. Oh, echt wahr? Okay. Wieder 150 Schuss zusätzlich. Aber es wird schon ruhiger. Nee, schaff es! Eck. Den kassieren wir so direkt ein. Das nehme ich jetzt ruhig. Nee! Ah! Das war's hoffentlich. Oder? Nee, das war's noch nicht. Die Musik sagt uns, hey, es geht weiter. Aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Wir haben noch so eine Deppal-Waffe eingesammelt. Ich, Horst. Die ist mir lieber. Ich weiß nicht, was los ist. Ich sehe keinen mehr. Nee. Ja, dann gehen wir da mal ins... Hier, öffnen wir die Tür. War die hier? War das die Tür? Ja. Wo ist der? So, der letzte Überlebende. Dann schnappen wir uns auch noch. Scheiße. Bist du okay? Ja. Wir haben unseren... Okay, so wie es ausschaut, haben wir es. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden. Coole Waffe eigentlich. Aber nichts für Nahkampf. Brechen wir die Tür auf. Okay. Sorgungslief lief ja doch ganz gut. Hat direkt mal Spaß gemacht, die Schießerei. Dann. Neida. Liebe Leute. Okay, dann los. Bereit? Hoppala. Ich glaube, das Mikro schleift schon wieder. So, okay. Bin wieder da. Und, was ist los? Die nächsten Piraten oder der nächste? Oh. Ein Abschiedsbrief geschrieben. Verschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Two weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schirm. Two und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang. Okay. So, langsam kommt auch bestimmt bald wieder hier Rafe und Nadine uns in den Weg. Wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Da geht's wahrscheinlich auch... Sie hören hier auf. Okay. Sie hören hier auf. Wo sind Sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Das machen wir. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Aha. Sehen wir uns weiter um. Da. Was ist hier? Ah ja, okay. Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Wir suchen wieder einen Schalter. Den. Zieh den mit dem Helm. Nicht. Ja. Was gefunden? Ich glaub schon. Hey. Mein lieber Schwan. Was sehen wir denn hier Schönes? Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste und ich hab... draufgedrückt. Sehr schön. Ja, liebe Leute, wie es da unten weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Einfach morgen gegen 20 Uhr wieder reinklicken. Vielen Dank. Bis später. Dann headdorf.